Mary Rose! Frisur A, du kriegst ne Brille. Oh, schön. Als Dienstmädchen, passt du dir. So ne kleine Schnückerschnute. Läd, 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 läden. Mila! Oje. Ich hoffe, dass sie wenigstens die Top 10 schafft. Ich hoffe, dass sie wenigstens die Top 10 schafft. Ja, ich bin auf dich. Jun Lee, weil der Katz-Jackie-Shun zu ihm sagen. Jun Lee sieht bisschen aus, wie ein Büro-Angestellter. Ich bin bereit, fight! Ey! Bist du behindert, Alter? Einmal... Einen Scheiß-Ka-Marsu-Ya! Ja, ich weiß. Iii, Mr. Strong! Man könnte jetzt irgendwie was Falsches denken. Ein 60-jähriges Mädchen gegen ein... 45-55-Jähriger. Ich hab der so 40-Bereich. Und dann noch so ein Kostüm. Und dann noch so eine Wohnung. Das ist auch so niedlich bei dir. Pai! Pai! Do the range! Tance, Mero! Tance! Hey! Hey! Nice finish scene! Yay! Eeeeee! Tance, Mero! 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 Jawoll! Und dann noch den Rest! Tance, Mero! Tance, Mero! Ein! Let the red walls of blood bloom forth! Get ready, fight! No! Man, lindo vida! Wich! G зв presidency! Tance, Mero! Pl rocket! Tance, Mero! Traphicast!!!! Tance, Mero! I'm aukan! Ich habe mich gerade auf den nächsten Kampf vorbereitet, also auf Stage 7. Wie schnell er schon wieder Leben verloren hat. Aber warum nicht? Ich bin so putzig. Genau wie bei einer Autora. Ups. Geil! Nein! Jawoll, sie wird über 700.000 kommen. Ich bezweifle zwar nicht auf Platz 1, aber ich hoffe wenigstens Platz 4 oder 3. Ah ne, es war bei Raidu oder bei einer Autora, wo ich als erste Gegner ran kam. Ich war bei einer Autora, oder? Oh! Platz 2 sogar. Und ich glaube, Sarah hat ein bisschen mehr. Aber nur ein bisschen. Jawoll, neues Kostüm. Ja. Sehr schön, Melrose. Sehr schön. Rick, steig immer mehr ab. Das ist sehr gut. Dann kommen wir heute zum Letzten. Das war Momichi. Erstmal zeige ich dir ein neuestes Kostüm. Das in Weiß. Kostüm Blau. Momichi. Frisur B. Brille an. Die Haare. Die gehen eigentlich. Mein Mensch. Dutter? Das Immutter? Hier immuniler werden. Das ist ein Detau, das ist eine große H 광 dividing. Aber und die Empfehlung reagiert nicht mehr. Unsere Begleiter. Der Abge llebel wird sie das ! Achso. Oh, das ist doch jetzt passiert. Oh, krass, gejuckt. Für was denn? Dass sie verloren hat oder was? Ich bin bereit, zu kämpfen. Get ready, fight! Take this! There we go! Wow, very good! Get ready, fight! Wow, very good! Sie macht erst mal gar nichts. Sie macht erst mal gar nichts. Aber nur vielleicht. Akira! Dieses Kostüm ist von Ihnen cool. Äh! Man! Man! K.O. Oh Oh Okay Mila Stimmt, das war Madros erste Gegnerin, Mila Genau in diesem Kostüm Ja, wirklich Ja 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 Mann, alter Vielen kleinen Pups hättest du mich noch lassen können, ja 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 Das ist eine Ehre. Get ready, fight! Get ready, fight! Did him! Give up! Get ready, fight! No, he's on the ground, he will not come. Anderfalls, das könnte weiter aber jetzt knapp werden. Ah ha! I guess I've been getting stronger. Aha! I'm sorry, but... I'm ready to fight! Get ready, fight! Ah ha ha! 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 Oh! Ich glaube, die kann diesmal auf dem ersten Platz kommen, oder? Zweiter oder Erster? Oder Dritter? Also auf dem vierten Platz ist sie schon, glaube ich. Nee, auf dem dritten Platz wird sie auch nicht kommen. Doch ist sie, die ist auf dem dritten Platz. Gut. Wie ich gesagt habe. Dann bedanke ich mich, dass sie wieder zugesehen hat. Mach doch mal jetzt X. Und... Dann werden wir uns dann zum nächsten Mal sehen. Ich... Sage dann schon mal... Das sehen wir euch das Kostüm. Sehr schön. Ich sage dann... Ähm... Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.